da sind wir nun also was soll ich sag mal bescheid hier ganz normal bescheid bescheid sagen dass wir wieder aufnehmen ach so ja wir nehmen auf ja danke hallo da sind wir wieder zu zweit kann man sich nicht mal ordentlich am sack kratzen und nimmst du gleich wieder auf das alles drauf ist das sack gekratze ich kann sein machen ich lege es auf ein episches ändern also nämlich den also den typen da den typen ich habe mich für den troller die entschieden troller die ich lege es auf ein episches ende an das heißt ich habe zwei gewonnen er hat 1 gewonnen falls ich das nächste gewinne habe ich komplett gewonnen falls er gewinnt die erste sei ich sag mal die erste unser erstes battle gewonnen richtig falls ihr als zuschauer hartstone auch mögt dann könnt ihr einfach mitspielen also sagt so bescheid und richtig dann dann machen wir coole best of five dinger vielleicht kriegen wir sogar was zusammen das wäre geil yeah okay los geht's bestäche den wächter starrig hast du also jetzt ein paladindeck richtig ein toll paladindeck wirklich nur auf popo vergolden nicht auf schaden nur popo vergolden nur popo vergolden also mit deinem scheiß wange ja hätte ich auch nie gerne nehmen können ich habe das weg gerade modifiziert muss ich dazu sagen noch mehr direkt schaden danke sehr bitte schön hier sieht man schon ich kann nur mein popo vergolden ich nehme so wie es ist und du hast wieder den vorteil von der münze das ist unfair ich weiß also vom paladin die fähigkeit ist ich rufe ein rekruten der silbernet hat bei der 1 und 1 also ein angriff eine verteidigung was ist das wenn oh mach mal das ach geheimnisse warum machen wir das mal schauen unschön geheimnisse sind sehr sehr unschön ich finde ja das hier ich habe nicht geniegend mana oh ich habe jetzt gar nicht aufgepasst oh ein geheimnis wer hätte es gedacht oh 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 das tut ja weh das ist ja schrecklich ja damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet ich auch nicht ich auch nicht moment ich könnte den angriff deines dienters auf eins setzen oh ja mach das melde mich zum dienst gut mit der silbernen hand ja so ein sack wer hätte es gedacht die boffs nicht ach fuck die habe ich im deck komplett vergessen du darfst keine dina haben du bist ja mein dina also ich habe das gefühl die runde wird lang und schmerzhaft dann machen wir epische epische sounds das ist äh komm schon herrlich was besseres kann ich nicht machen melde mich zum dienst ich bin bereit aber ich nicht aber ich nicht ich finde das göttlich ich bin bereit aber ich nicht hast du schon mal so eine schwache boot elfe gesehen nein ich auch nicht ich weiß mir grad in den arsch ich sollte mir mal etwas mehr ähm bov lore zu legen ja nein 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 bitte nicht komm schon ehrlich ach kannst du gar nicht hab ich auch gerade gemerkt hab ich auch gerade gemerkt hab ich auch gerade gemerkt ich mag paladin nicht paladin ist öde paladin ist öde paladin ist damn öde ich werde es versuchen ich werde es versuchen ich werde es versuchen nach unten weg irgendwann irgendwann wirklich ganz irgendwann nur wirklich ganz irgendwann nur zu für die gerechtigkeit für die gerechtigkeit nach unten weg ich habe es ne das ist hier zwei möglichkeiten die ich machen könnte Die eine würde mir etwas bescheren, die andere... was anderes wiederum nicht. Gott... Ich muss es machen, so. Es gefällt mir nicht, es gefällt mir gar nicht. Nein. Kannst du mal bitte aufschürfen? Wie viel Scheiß willst du noch spannen? Ich hoffe, dass ich meine Ersimmelung gefällt. Oh Gott... Oh Gott... Meine Damen und Herren, dass die das verloren haben. Paul sagt noch nicht mal mehr was. Mein Mikro ist ausgefallen, tut mir leid. Das passiert ab und zu mal. Ähm... Ich sag mal so... Ich komme höchstwahrscheinlich mal an die Dienergrenze ran. Oder? Du hörst mich noch, oder? Ja, ich hör dich noch. Okay. Na ja, das Mikro fällt ab und zu mal aus wie so eine Kacke. Man hat doppelt den Angriff eines... Uuuuuh! Nein, das kann ich nicht machen. Uuuuh! Paladin ist scheiße. Siehst du? Man kann nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben. Interessant! Ah! Kannst du es endlich mal beenden? Ach, wir haben doch aber gerade so viel Spaß. Haha, ich will schon Witzel haben. Wir haben doch gerade so viel Spaß. Warum sollten wir das sofort beenden? Vor allem... Ich werde dich jetzt erst einfrieren und dann... Bam! Feuerkugel! Paul gewonnen! Lugballon! Dritten! Wuuuuh! Okay, du hast was Wieses gemacht. Ich will jetzt was Wieses machen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wup wup! Wup wup!